er ist bei meinem vater drüben liegt auf dem bett und schläft ich langweil ihn einfach es ist aber auch cool dass er mal drüben ist weil sowas heißt was heißt nerven zerstörte halt einfach hier nicht beim zocken das hört sich so gemein an aber das ist ja gar nicht ja wenn du bedenkst wie viel zeit ich heute schon mit ihnen verbracht habe und dann immer wenn ich zocken will dann kommt er an kann es gar nicht haben da denkt jeder du kümmerst dich nicht um deinen hund dabei mache ich so viel für ihn und ich habe ich bin ich bin heute insgesamt vielleicht also insgesamt zwei stunden gassi gegangen heute also insgesamt ja also eine komplett am stück sondern die gesamte menge an zeit und und eine halbe stunde über eine halbe stunde habe ich heute noch mit ihnen im garten gespielt bei der kälte die kälte stimmt ja es hat minus sechs grad bei uns aber der ist abgang